Ist das eine Schule oder kann das weg? Tam! Ich bin Ezeh Uentoy und bin gerade wieder zu Hause bei meiner Mutter in Wakadougou, der Hauptstadt Burkina Faso. Hier bin ich geboren, hier habe ich Deutsch gelernt und später Germanistik an der Universität Wakadougou studiert. Heute bin ich wieder zu Hause und möchte euch meinen größten Traum, also das Schulprojekt Sandro Akasel, vorstellen, dass heute eine Realität geworden ist. Ich kann es kaum fassen. Also das Schulprojekt Sandro Akasel liegt in Geswende, einem Dorf circa 30 Kilometer von Wakadougou entfernt. Kommt mit auf die Reise, ich zeige euch und es ist hier meine Mutter. Peace! Willkommen in Geswende nach Artenga. Wow, das Gebäude ist richtig lang mit vier Klassenzimmern, alter Schwede, ja. Das Schulzentrum heißt Sandro Wakadougou, und Wakadougou steht für Vielfalt und die Förderung von kulturellen Werten in der Burkina-Gesellschaft, die für Offenheit, Respekt und gegenseitige Akzeptanz von vielen Ethnien sorgen. Das Sandro Akasel besteht aus drei Hauptelementen, ein Gymnasium. Als erstes haben wir die Gebäude von dem Gymnasium gebaut und die Gymnasiumseröffnung ist für Oktober 2021 geplant. Als zweites ein Internat. Nach der Gymnasiumseröffnung möchten wir in Zukunft Gebäude für ein Internat bauen, wo wir junge Frauen aufnehmen wollen und ihnen Ausbildungsplätze im Kunsthandwerk anbieten. Und als drittes Kunst, Kunsthandwerk und Innovation. Das verbindende Element zwischen Gymnasium und Internat sind die künstlerischen Aktivitäten durch Musik und Theater, also die Kunst. Wir denken, dass Bildung, Kunst und Kunsthandwerk der Schlüssel für den Frieden und die Selbstentfaltung von Menschen sind. Die Schule wird komplett mit Solarpaneelen und Batterien betrieben, also 100% Ökostrofen. Wir haben eine superschöne ökologische Bauweise. Die gesamte Schule wird mit lokalem Baumaterial gebaut. Die Wände sind zum Beispiel aus Limmziegeln und bei dem Bau haben wir zum Beispiel die DorfbewohnerInnen ausgebildet. Das bedeutet, dass wir für den weiteren Bau vom Internat selber die Limmziegel herstellen können. Diese Bauweise ist super geeignet für die klimatischen Bedingungen in Burkina Faso. BAM! So, wir haben sauberes Trinkwasser auf dem Gelände. Das Wasser wird mit Solarpumpe betrieben und das ist großartig. Die Menschen in der Umgebung kommen jeden Tag und bedienen sich. Das war auch das Ziel und wir freuen uns auch sehr, dass es so ist. Und genau, ja, ich trinke einen Schluck. Yeah! Dieser Platz hier ist ein offener Platz, wo sich die DorfbewohnerInnen aufhalten können. Sie haben direkt Anschluss zum Wasser und können hier auch ihr Handy mit dem Ökostrom laden. Ist das nicht geil? Am anderen Ende sind zwei Räume und diese werden als Bibliothek und Schulbüro genutzt. Wir haben noch Schulbetriebskosten, vor allem für das erste Jahr Oktober 2021 zu decken. Und diese Schulbetriebskosten möchten wir teilweise durch Patenschaften finanzieren. Also, sie haben die Möglichkeit als Pate oder als Patin von der Schule zu werden. Jo, der Schulbau ist das erste Hauptprojekt, das wir verwirklicht haben. Aber allgemein werden unsere Projekte zwischen dem lokalen Verein APK in Burkina Faso und dem deutschen Verein TAM e.V. in Deutschland umgesetzt. Wir stehen jeden Tag in Kontakt und entwickeln Ideen zusammen. Wichtig ist, dass alle Projekte vor Ort zu 100 Prozent von dem lokalen Verein getragen werden und dass nichts von außen aufgezwungen wird. Ihr könnt auch euch aktiv bei uns engagieren. Wir freuen uns auch auf passive Mitglieder. Hauptsache, ihr seid mit dem Herzen dabei. Nein, das geht nicht weg!